da sind wieder okulose gespielt evil okulose also drei der sphären teile sind wissen wir schon mal wo die restlichen zwei sind müssen wir doch herausfinden hast du mal ist der bolzen in den nacken gekriegt das war wieder mal ein paar bar ich hoffe mal dass es bei zwei friedhöfen bleibt und ich so zauberer und wir wollen eine library aber wir die ruhig mal hier direkt neben dem wizard gilt welcher tempel hat jetzt schon wieder ein verloren dieser hier also ja für mich sind die zwerge immer noch nützlicher als die elfen da hat jemand der text verloren so setzen wir gleich mal da auch noch was hin und erforschen die sachen in der library der ist level 10 geworden so magische resistenz könnten wir auch gut gebrochen ja da kauft leider heiligen posten sehr gut doch die feierblas er hatte die text bell aufgesammelt exploding over your highness our research in the library is complete as a shot of detonation oh ja ich habe die wild spirit in the name of the sovereign leider ging das hier für die raider gruppe nicht so gut aus und ich habe leider nichts zum wiederbeleben tja das ist dann leider dumm gelaufen würde ich sagen so jetzt sollte ich mal geld sparen um den palast abzugreifen weil ich denke wir kriegen jetzt langsam etwas ruhe rein dadurch dass wir die paar spawning sites zerstört haben und ja aus den dingern spawn ja auch immer wieder gegner so die kauft sich healing potions ja zwei stück sehen wir hier oben noch und zwei fehlen noch diese tierung folgen nicht aufgedeckten gebieten aber wie gesagt ich brauche mich jetzt erstmal nicht um die sphäre direkt kümmern weil wir immer noch bei dem aufbau die fertig sind mehr oder weniger da steht dann eigentlich so beim pfüffel vom qualm dabei naja das qualm einfach ausgestoßene sind die keine freunde haben und irgendwas angestellt haben soll so letzte renovierung des marktplatzes äh des castels das heißt wir könnten jetzt fairgrounds bauen wir können aber auch rollt garten spawn könnten wir wenn der dichter durchlaufen würde das sind schon mal gut aus wir haben auch keine in der letzten zeit keine drachen oder oculus angriffe mehr was auch nicht schlechtes live wo wir ausbauen das ist auch keine schlechte idee wir könnten bei unsere häuser die reparaturisch betreiben obwohl wir werden ja oft genug angegriffen unsere wichtigen gebäude müssen eher repariert werden die häuser kosten uns ja nichts ja ich wollte übrigens mal das gesicht ja die barbaten sind das hier du hast auch noch keine besseren waffen können wir das direkt da oben sehen was für waffen ihr mit euch rumschleppt ja plus 1 das ist schon mal praktisch dass wir das jetzt sehen können warum hast du plus 1 als zwerg hast du irgendein item nö heavy warhammer plus 1 achso aber ja wir sehen es direkt hier oben und die haben keine rüstung das ist das problem warum die so schnell krepieren hä oh wir kriegen jetzt ordentlich geld rein da drüben müssen wir mal dringend gucken wo die golems bauen bei der da den sollten wir dringend loswerden vor allem wenn ich beim besten will nicht dass meine library kaputt gemacht wird genau worfen settlement rette unsere library okay das heißt wir geben beide 500er erkundungsflagge nach hier hinten aus nochmal herauszufinden ob die golems vom kartenrad spawnen oder ob die da den spawn point haben den wir kaputt machen und wir queden noch den backplatz auf und damit sind wir eigentlich so wir haben einen helden ein magier der gerne nachgucken möchte was seiten ist gut so meine ranger die haben ja immer irgendwie den fimmel die hintersten ecken zu erkunden und erst wenn sie das x erkundet haben gucken sie sich den rest der welt an das macht die ganze sache halt ein bisschen komplizierter das ist halt im zweiten teil zum beispiel ein bisschen praktischer war nämlich eine fahre hinsetzt und ranger oder jemand anderes diese fahre halt erreicht dann ist das nicht nur so wie hier dass sie jetzt verschwindet und er das geld kriegt sondern auch dass hier ein bisschen das gebiet auf ploppt und sichtbar wird aber ja der da ist jetzt gerade ziemlich gewillt alles erkunden was ich auch gut finde da ist auf jeden fall wieder die brettes 4 aber auch immer ich brettes hacke kipp heißt bräschland super charge ok was habe ich gerade angestellt hat super charge jetzt einfach die entfernung erhöht oder was der kann jetzt feier schielt das ist auch gut das hat entweder jetzt wieder massig neue sports auf den tisch gerufen dass wir die soweit zerstört haben der free left ja der fülle ist es von anfortschuldigen ist die meiste menschen beim volk sammig aus form of marcius was vorsichtig ist von den neighboring weiter das naja gut das sind ein paar spinnen und so also nix wirklich bedrohlich ist jetzt so ein paar zombies war also ich sehe jetzt nichts direkt ernsthaft gefährliches so weg mit dir naja gut wir haben noch da drüben es wäre da ich jetzt genug geld habe ich mache 600 reward flex setze ich mal ein paar reward flex aus damit wir den rest auch noch erkunden das ist gut dass du kämpfst weil du brauchst auch noch levels das war ein zettel das ist echt toll ich liebe dieses gebäude ich liebe die zwerge ohne kasse das ist sozusagen eine kostenlose in bringt uns halt kein geld aber helden können dort rasten und sind danach besser fliegen in terror vor untoten um jetzt auch hau da ein bisschen und dann hoffen wir mal dass unsere ranger irgendwann mal wieder bock drauf haben zu erkunden